Hey Leute, willkommen bei Pandido und zu unserem zweiten Türchen unseres Mädchen-Adventskalenders. Gestern hatten wir folgendes in Türchen Nummer 1, hier links unser Playmobil-Mädchen und rechts diese hübsche Diamant-Handtasche für Barbie. Gut, da heute der 2. Dezember ist, yeah, können wir ein neues Türchen öffnen und ich hab's auch schon gefunden, da ist die Nummer 2. Ich starte nämlich wieder mit dem Playmobil-Kalender. Ach, na nu, das ist aber ganz schön widerspenstig. Da haben wir's, oh, hier ist etwas verpackt, das heißt, wir können ein bisschen was zusammenbauen. Hm, ich kann noch nicht so ganz erkennen, was es ist, also befreien wir dieses Türchen quasi erstmal aus der Verpackung. La, 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 so, wir haben hier drei verschiedene Teile, also ein Kleiderbügel, ein Rock, sehe ich hier, und auch ein hübsches Tuch. Hm, also hier seht ihr das nochmal ein bisschen genauer. Tatsächlich haben wir hier einen kleinen süßen blauen Rock mit Gürtel. Also komm mal her, mein Hübscher. Arme hoch und reingeschlüpft. Auch das geht hier einfach, wir können sogar den Rock öffnen. Also da ist die Hinterseite. Schön anhalten. Da ist der Hintern, da kommt das Rücklein drüber. Und vorne verbinden wir den Rest. So, ja, der passt ihr schon mal gut. Den Rock hat sie an, also schön, dass alles miteinander verknüpfen. Und sogar ein hübsches Halstuch ist dabei. Oh, das passt ja schon perfekt zu deinem Unterhemdchen, was du da anhast. Ja, das sieht klasse aus. Das erste Outfit unseres Playmobil-Mädchens steht. Sieht ein bisschen wie so eine Stewardess aus, ne? Wie im Flugzeug. Doch, bin ich aber ganz schick. Aber das war natürlich noch nicht alles. Wir haben nämlich ja zwei Kalender. Also geht es jetzt mit Türchen Nummer zwei des Barbie-Adventskalenders weiter. Ah, das ist hier rechts im Bild. Oh, uhlala. Schicke High Heels für Barbie. Und was für Mörderabsätze. Halleluja, Barbie. Ich konnte daran nicht laufen. Barbie ist natürlich geübt darin, die kann das super. Dann ziehen wir ihr die Schuhchen doch gleich mal an. Also, sorry. Hint fort mit deinen alten Schuhchen. Jetzt bekommst du ganz neue, orangene, schicke, ach Gott, sogar mit Schleifchen versetzte High Heels. Passen wie angegossen. Also Cinderella wäre neidisch gewesen. Na, wir werfen noch mal einen Blick hinunter. Klasse. Gut, vielleicht mit einem kurzen Kleidchen kommen die etwas mehr zur Geltung. Aber die passen gut. Na prima, gute Ausbeute mit Türchen Nummer zwei. Das war's auch schon. Wir sehen uns morgen wieder.